Oh, Freunde, so lässt es sich doch entspannt leben und gleich nehme ich da noch eine Hobby für euch auf. Oh, Emily, Emily, Emily. Ähm, Emily, sag mal, weißt du eigentlich noch damals, als ich einen Wunsch bei dir frei hatte? Äh, wann soll das gewesen sein? 2020? Ja, also ich glaube, das war so damals 2019 oder so. Oh, mein Gott, was kommt jetzt, Lambson? Was willst du bitte von mir? Naja, also ich habe Beine trainiert und jetzt habe ich voll Muskelkater, Emily. Ich kann nicht mehr, du musst mich tragen. Oh, mein Gott, Lambsi, du wickst locker das Doppelte von mir und außerdem wollte ich gleich eine Hobby machen. Ja, Emily, das passt doch. Wenn du mich trägst, dann kannst du auch mal ein bisschen trainieren. Oha, oha, willst du damit etwas sagen? Ich bin nicht sportlich genug, hä? Hä, nein, Moment mal, das habe ich doch gar nicht gesagt. So, jetzt halte ich gut fest. Ich zeig dir mal, wie sportlich ich bin. Let's go! Äh, sui. Äh, Lambson, willst du mir jetzt sagen, ich mache die ganze Hobby mit dir auf meinen Kopf und du machst gar nichts? Ja, so ungefähr, aber wenn du dann zu lange brauchst bei einer Stelle, dann übernehme ich die Hobby. Ah, ist ja sehr nett von dir, aber sag mal, äh, wo müssen wir überhaupt lang gehen? Na, muss ich jetzt schon übernehmen? Ah, Emily, geradeaus, hinter dir, ja, genau so. Ja, okay, okay, das ist geradeaus, äh, aber hier fehlt etwas, Lambs. Was machen wir? Ja, hm, warte mal, ich habe die Idee. Ich glaube, ich werfe den. Wow, oha, das hat ja mega gut geklappt, aber wie komme ich jetzt zu dir, Lambs? Hallo? Sui, ciao, Emily. Hey, Hilfe, sonst gibt es kein Essen, Lambson. Ja, komm wieder zurück. Ja, okay, wenn es um Essen geht, let's go. Und wie holst du mich jetzt? Oha, okay, okay, das gefällt mir auf jeden Fall gut. Dann komm mal wieder auf meinen Kopf drauf und wir machen jetzt die Hobby. Let's go! Okay, Leute, ihr habt wahrscheinlich das Prinzip verstanden. Emily trägt mich jetzt die ganze Zeit und sie muss mit mir die Hobby machen. Emily, da geht's nicht rein. Äh, guck mal, ich hau deinen Kopf gegen die Tür. Wow, danke schön. Okay, Freunde, also, Lambs, ich muss jetzt hier irgendwie lang, so ist das richtig? Ja, keine Ahnung, ich kenne die Map nicht. Äh, wie? Du hast mir das Spiel vorgeschlagen. Ja, toll, irgendwie. Hä? Was passiert hier? Ah, warte mal. Ah, warte, 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 warte. Hey, lass mich mal los. Was? Ja, nö, ich lass dich jetzt nicht los. Was ist, wenn ich dich einmal nicht loslassen will? Ja, dann komm hier nicht weiter, Emily. Ach so, okay, also, ich wirb dich jetzt einfach mal drüber und tschüssi. Ja, ne, was machst du? Oh, mein Gott. Tschüssi. Okay, Emily, kleine Unterrichtshunde für dich, denn ich glaub, du checkst das auch nicht so ganz. Hier, rot geht mit rot und blau mit blau. So einfach ist das. Wow, ey, Freunde, zum Glück kann Lami Englisch, ansonsten, ja, wäre das gar nicht so gut. Das heißt, ja, du musst mich jetzt hochnehmen. So, let's go. Oh, mein Gott, ey, meine Arme. Wow, ey, lass das ja mega cool. Und jetzt musst, hallo? Und jetzt musst du da, ähm, ich mach das einfach. Okay. Was machst du? Emily, los. Drück die Fahne. Oh, mein Gott. Ey, Freunde, das ist ja echt schon ein bisschen gruselig, aber auch echt cool. Aber bitte, warn mich demnächst vor, wenn du mich einfach rumwirfst. Oh, mein Gott. Lambs, mach nix Falsches, ja? Ja, ja, ja. Aber, oh, Emily, ich glaube, du musst hier jetzt weitergehen und du musst mich jetzt tragen. Okay, dann lass mich mal runter. Oha, hättest du das auch mal ein bisschen netter machen können? Oh, mein Gott. Nö. So, dann komm mal her. Zack. Und, warte mal, ich glaube, geh mal rüber. Ey, du, nicht ins Wasser. Ich kann nicht stimmen. Äh, 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 Lambs, da, da kannst du wieder hochgehen, okay? Hä, hier ist Nemo. Komm mal hier hin. Äh, hä, hä, wie Nemo? Ja. Nemo, wo ist denn jetzt Nemo? Ey, hast du einen Freund gefunden? Blub, blub. Hallo, Fischi. Ja, perfekt. Okay, jetzt lass mal ganz schnell wieder hoch hier. Okay, Lambs, ich werfe dich einfach mal direkt. Tschüssi. Und, nein. Oh, mein Gott, ey. Ey, man, Emily, kannst du dich zielen, oder was? Ja, kannst du dich richtig gelanden? Was ist denn los mit dir jetzt? Komm mal her. Ich werfe dich einfach da hin. Ja, richtig. Dankeschön. Oha, okay, ich dachte schon. Oha, let's go. Dann nehme ich mal hoch hier. Jetzt kommst du mal hier auf meine Hände. Und jetzt darf ich dich mal nach Oha und Tschaui. Aua, ey, das tut mir jetzt schon weh. Und, ja. Nein, Emily, was machst du denn? Ist das eigentlich dein Ernst, Lambson? Na, komm mal hier hin. So, und jetzt noch mal. Und, oh, 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 mein Gott. Nein, Emily, ach, Mann, ey. Ey, Leute, und er redet eben von, ja, du kannst so schlecht werfen. Jetzt rück mal F hier. So, noch mal bitte ein bisschen nach links, Lambson. Bitte, bitte. Okay, 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 okay. Und, let's go, Zoe. Go. So, geht doch endlich. Komm mal rüber hier, Lambson. Und weiter geht's. So, hä, was geht denn jetzt hier ab? Okay, easy peasy. Und jetzt muss ich dich wieder nehmen. Zack. So, zack, zack. Macht das Spaß, Lambson? Nein, überhaupt nicht. Ey, warum denn ich? Ich trage dich doch nur rum, ey. Ja, lass mich los. Ja, tschüssi, Kopski. So, jetzt nehme ich dich mal hier in die Hände. Denn wir müssen einmal hier nach oben klettern. So. Ja, aber Lambs, sag mal, warum hast du so schwitzige Hände, ey? Ich bin schon ganz nass hier. Ja, ich muss auch sagen, dich zu tragen ist gar nicht mal so einfach. Also drück mal die Fahne da vorne, Mann. Oh mein Gott. Ey, Freunde, erwart mich nicht mal vor. Aber okay, komm her. Zum Glück habe ich eben noch Burger gegessen. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich Schluss gemacht, Lambs. Ja, ja, ja. Oha, okay. Aber warte mal, rot gehört zu dir, also würf ich dich mal gegen die Wand hier. Oh, warte mal, warte mal. Ich glaube, du musst mich tragen und mich irgendwie als Seilbahn benutzen oder so. Sicher, dass du mich nicht als Seilbahn nutzen musst? Na, ja. Ja, ich glaube schon. Okay, geil. Ich habe dich jetzt einfach mal genommen. Oha. Hä? Das klappt ja mal mega gut. Okay, dann bleibst du direkt mal bei mir. Ja. Oh, oh. Oh Gott. Hey, Freunde. Ey, fall ich runter. Ich darf nicht verkackern. Nicht runterfallen. Ja. Und hä? So, wir sind ja richtig gut. Okay, ich werfe dich mal hier gegen. Zack, tschüssi. Okay, aber Emily, nicht vergessen. Wenn du mich runterwirfst, dann müssen wir komplett von neu anfangen, ne? Hä, jetzt wirklich? Ja, wirklich. Ich denke, keine Checkpoints. Nee, nee, keine Checkpoints. Ähm. Äh. Okay, lass mal weitergehen. Hey, Lobs, das geht aber auch an dich. Ja, dürf mich nicht einfach durch die Gegend, okay? Okay, Sui. Oder doch? Oder nicht? Oder ja? Hallo? Lobs. Oh mein Gott. Okay. Hä? Easy. So, sind diese Flaggen keine Checkpoints? Nee, nee. Das ist nur dafür da, damit ich dich hier irgendwie rüberholen kann. So, aber Emily, jetzt gebe ich mir mal Gummis. Ja, so ein entspanntes Leben habe ich. So, jetzt mach mal hier die Obby zu Ende. Also, ich habe schon wieder Hunger-Alarms. Ja, wir sehen auf jeden Fall auch oben die Höhe, wo wir uns gerade befinden. Also, bei 47 Metern. Also, ja, ich weiß gar nicht, wie hoch das Ganze noch geht. Aber wir schaffen es doch easy peasy bis zu 100 Meter, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wenn du mich hier nicht einfach irgendwie fein lässt oder so. Aber ich muss echt sagen, es macht schon ein bisschen Spaß. Ja, ein bisschen viel. Und jetzt gehen wir nach oben da. Äh. Ey, das war so doof von dir. Ja, oh mein Gott, ich gehe jetzt einfach ohne dich. Tissi. Äh, du musst mich hier auch holen. Ja, okay, okay, ausdachsweise. Dann komm mal her, mein kleiner Sohn. Jetzt nehme ich dich mal mit. So, zack, zack. Was denn? Emily, jetzt konzentrier dich mal, okay? Hä? Sehe ich für dich etwa unkonzentriert aus? Ja, irgendwie schon ein bisschen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wo wir langen müssen. Hm, ich glaube, wir müssen da ins Loch rein, oder? Nach oben. Äh, ich glaube aber auch. Also, Emily, du müsstest mich da reinwerfen, aber ich weiß nicht, ob du das schaffst. Warte mal. Ich glaube, ich gehe einfach mal hier runter. Hä? So. Hä? Ja, super. Das hat ja toll funktioniert. Okay. Oh, Emily. Ich gehe wieder hoch hier und, äh, geht nicht ohne dich. Also, tschüssi. Emily, ich glaube, es wäre schauer, wenn ich dich da reinwerfe und nicht andersrum. Oh, mein Gott. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist doch etwas Rotes. Da müssen wir, glaube ich, langen Lams. Aha. Warte mal, ich kann doch. Äh, geht das gut? Meinst du, das geht gut? Nee. Nee, was machst du denn? Oh, mein Gott. Ja, toll. Oh, mein Gott. Jetzt hängen wir fest. Was können wir jetzt machen? Äh, Emily, du weißt. Warte, warte, du musst nach links. Du links. Es geht nicht. Oh, Mann. Ja, alles nur wegen dir, ey. Ich glaube, wir müssen jetzt hier einmal tauschen. So, genau, Emily. Jetzt nehme ich dich mal hier hoch. Dankeschön. Oh, dankeschön, Lams. Ich wollte schon immer von dir auf Händen getragen werden. Ja, ja, okay. Hä, warte mal. Wir müssen doch hier gar nicht hin. Hä? Warte mal. Müssen wir jetzt nach da oben? Kannst du mich irgendwie nach da oben werfen oder so? Wie, nach oben werfen? Nee, das geht nicht. Aber warte mal. Ich glaube, ey, Emily, wir sind voll falsch gegangen. Ja, alles nur wegen dir, Lamson. Warte mal, ich glaube, wir müssen nach da oben, Lams. So, zack und zack. Ich glaube, jetzt müssen wir tauschen, oder? Ähm, ja, das kann sein. Ja, dann lass mich mal ganz vorsichtig los. Ey, Mann, ey. So, dann komm mal mit. So, oh Gott. Und. Oh, oh, oh. Okay. Und jetzt? Und jetzt, Lams. Tschüssi. Wir haben mich schreit. Ja. Ja. Wir haben uns geschafft, Emily. Oh, ey, wir sind so krass, Lamsi. Oh, mein Gott. Okay. Jetzt einmal hoch hier. Ey, wo kommen wir gleich hier raus, bitte? Hä? Offenlich im Dönerland. Dönerland? Ja, das wäre echt schön. Hand in Hand ins Dönerland. Hä? Was? Ist das aus dem Song von dir oder so? Was machst du? Ey, warte mal. Ich mach doch wenigstens vor, Lams. Warte mal. Das mit dem Song war gar keine schlechte Idee. Hand in Hand ins Dönerland. Ciao, Emily. Ja, nur ein bisschen schöner. Dann wäre es echt cool. Hä? Was macht denn diese Katze hier? Leute, warte, Lams. Ich hab gerade keine Lust auf dich. Oh, mein Gott. Aber ihr redet englisch mit mir. Ja, gut. Ich hol dich doch lieber zu mir. Komm mal her hier. Okay, Emily. Dann lass uns mal hier die nächste Stage abchecken. Und... Ähm, 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 Freunde? Ja, Lams. Kannst du mal ein bisschen nachdenken? Vielleicht kann ich nicht durch die Wand. Warte mal. Warum nicht? Musst du mich... Ah, okay. Ich glaube... Vielleicht hat die Katze irgendwas Sinnvolles gesagt. Kannst du die mal fragen? Warte mal. Du kannst hier keine Englisch. Dann rede ich mal mit ihr. Okay, also nur der Rote kann hier durch. Aha. Aber keine Sorge. Denn wenn ich es schaffe, dann haben wir den ersten Checkpoint erreicht. Oh, mein Gott. Okay, ähm, dann geh mal durch hier, Lams. Okay, Emily. Ich würde sagen, ich geh mal alleine auf Abenteuer. Tschaui. Hey, viel Spaß, Lams. Pass auf dich auf, ja. Nö, nö. So, Leute. Wir machen das hier mal ganz schnell hier durch. Damit Emily mich gleich bis zum Ende der Obby tragen kann. Denn ich habe keine Lust mehr zu laufen, Leute. So, aber ich glaube, das sollte schon gewesen sein. Hä, jetzt im Ernst? Ich glaube, wir müssen nur noch zu dieser Fahne hier. Und... Emily, da bist du! Hey, was geht, Lams? Ich habe mich nicht mehr gesehen, ey. Ja, und jetzt wird es wieder Zeit, dass du das Ruder übernimmst. Let's go. Ähm, aber... Hä? Wo müssen wir denn überhaupt lagen? Müssen wir hier lagen oder müssen wir da lagen? Ja, genau da. Ja, hier? Ja. Oh Gott, das ist schon ein kleiner Stein, ja? Oh Gott. Oh. Oha. Okay. Okay, wir rutschen hier richtig gut drüber. Zum Glück bist du so ein bisschen schwitzig. Hä? Aber, hä? Müssen wir jetzt... Nee, ich glaube, wir müssen hier hoch. Dann muss ich dich mal kurz runterwerfen. Warte mal, hä? Was? Warum? Hä? Was denn? Hm, keine Ahnung, aber ich glaube, ich muss hier sein. Hä? Wie? Du musst hier sein? Nee, nee, nee. Komm mal hoch. Ich glaube, wir müssen nach da oben, oder? Ja, aber hier steht, dass du mich hier reinwerfen musst. Hä? Jetzt wirklich? Ja, keine Ahnung. Hä? Warte mal. Haben wir es etwa geschafft? Nee, niemals, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben nur ein Checkpoint bekommen. Also, komm mal her, kleiner Lams. Wow. Let's go. Okay, was geht hier eigentlich ab? Sollen wir ein bisschen campen? Campen? Oh, ja. Ich liebe es, zu campen. Vor allem mit einem Lagerfeuer. Hast du Marshmallows dabei? Nö, aber ich habe... Sieg das Lagerfeuer-Lied. Das Lagerfeuer-Lied. Das Lagerfeuer-Lied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Lagerfeuer-Lied. Sui, 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 sui. Okay, okay, Lams. Lass jetzt aber mal weitergehen. Hier steht irgendwas. Hit your teammate of the... Was? Was? Komm her, na. Okay. So läuft das alles ab. Nein. Ey, das glaube ich nicht. Ey, Freunde. Jawohl, sui. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hallo Lams, hol mich mal bitte wieder. Ey. Okay. Da musst du schon einen Zauberspruch sagen, ja? Hm. Was? Lams. Wenn du mich jetzt hochholst, mache ich dir dein Lieblingsessen. Also, komm. Alles klar, einverstanden. Okay. Wow, wo sind wir denn hier gelandet? In einer Festung oder so? Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall mittlerweile schon bei der 100 Meter Höhe. Das heißt, Emily, komm mal her. Ja, nimm mich mal hier. Danke, danke. Ja, hier sind wir auf jeden Fall ein Obby-Profi. Nicht, Freunde. Ey, was was heißt hier? Oh mein Gott. Der Lärme fliegt. Dein Ernst? Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, nimm mich doch mal hoch. Lamsi, auf ein neues. Aber bitte treffen, okay? Ja, oh mein Gott. Wow. Ey, Leute, wie gut ist Lams, bitte? Dafür darfst du auch herkommen. Hä? Hä? Was ist denn gerade passiert? Hä? Okay, okay, okay. Zack. Ich hoffe, wir mussten hier überhaupt lang gehen. Ich gehe einfach mal hier lang so. Das ist ein Schick. Ja, jetzt muss ich dich kurz runterlassen. Hä? Hä? Warum das denn? Hä? Weil du mir wieder hier helfen musst, du Bubst. Ah, okay, okay. Warte mal. Was ein Schlau-Kopf. Ah, ich muss hier hoch, oder was? Ja, geh da mal hoch. So. Hallo? Ja. Richtig gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ey, du bist so... Wow, so stark lang. Oh, warte. Ich darf dich wieder werfen? Nein. Ey, das glaube ich nicht. Ey, er trifft sogar. Ja, ich glaube es nicht. Ist jetzt irgendwas passiert, Lambson? Ey, nein! Äh, Billy! Hä? Hast du gerade diese Fahne hier unten gedrückt? Ja. Dein Ernst? Ja, warum? Dein Ernst, warum machst du das? Die war hier vor mir und man soll doch auf die Fahnen drücken, oder nicht? Ey, Junge! So, Lambs, haben wir es mal endlich wieder geschafft hierhin? Ja, und diesmal drückst du da unten nicht die Fahne, okay? Ich werde mich jetzt nochmal da hin. Ja, okay. Ui. Äh. Oh, warte mal. So. Was? Ich will mal. Mann! Okay, das nächste Mal, wenn ich nicht dran komme. Ey, es hat nicht funktioniert, oder? Ja, okay. Ja, okay. Dann hol mich mal hoch, bitte. Und? Hey, Freunde. Das sollte ich schon immer mal machen. Und? Oh mein Gott, woher wirfst du mich denn? Äh, äh, Freunde. Okay, wir probieren es nochmal. Ein bisschen mehr Abstand. Ich glaube, so ist es in Ordnung, oder? Und? Ja! Was? Okay, okay, okay. Jetzt komm schnell hoch, Lambson. Ich, ich nehm dich. Hä? Was machst du? Du musst erstmal hochlaufen, du Noob. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Ja, okay, egal. Dann darf ich dich halt nochmal werfen. Und let's go! Du wirst dich voll daneben. Nein! Egal, ich hab noch einen Versuch. So, 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 so. Und... Zeit! Und schon wieder daneben. Hey, Emily, kann man wirklich so schlecht sein. So, aber diesmal schaff es. Ähm, fast. Okay, 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 okay. Das ist jetzt der letzte Versuch, versprochen. Komm mal her, Lambson. Ja, allerletzte, ja. Komm mal her. Und let's go! Hey, Emily, ich werf dich jetzt, okay? Ja. Ja. Aber ich hab dich halt einfach zuerst, Lambson. Was soll ich sagen? Okay, okay. Ich muss dich konzentrieren. Ich guck nicht so von da oben. Ich muss dich konzentrieren. Und, Louis! Und, Pauschen! Ja! Nein! Ey, Leute, das lag jetzt wirklich an Lambs. Du hast mich nur hier vorne hingeworfen. Wow. Aber wenigstens etwas. So. Okay, jetzt darfst du mal... So, jetzt bin ich dran hier. Ja, okay. Jetzt triff aber, ja? Ey, du bist ja... Ey, ich bin sogar Kopfschlag gelandet. So. Ey! So, Emily, jetzt halte ich dich einfach mal, weil sonst spielen wir das Spiel noch bis morgen, Mann. Ja, ja. Okay, du musst mich jetzt runterwerfen und dann wieder hochholen, okay? Ja, okay, das mach ich doch gerne. Mann, ey! Ciao, Emily! Freunde. Oh mein Gott. So. Uff. Ich wär fast runtergefallen. So. Zack, zack, zack. Easy peasy. So. Und hier sind wir auch schon wieder. Oh, oh, oh. Ich muss mich mal gerade hinstellen. Und... Oh, ich hab einen Lams. Oh, schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hätte auch so schief gehen können. So. Ähm. Leg dich mal ab hier. Und hoch mit uns. So. Zack, zack, zack. Und was geht jetzt hier ab, Freunde? Haben wir jetzt den nächsten Checkpoint erreicht? Wer ist er denn hier? Moment mal. Hm. Was sagt der zu dir, Lamson? Der fragt mich, ob ich Essen habe. Hä? Wirklich? Wird sein Essen von mir. Hey, Freunde, genau so sieht der auch aus. Ja, ich werf dich mal weg. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Ähm. Lams? Warte. Muss ich runterspringen? Muss ich rüberspringen? Nee, du solltest einfach hier rüberspringen. Geht das denn überhaupt? Oh. Nee, weißt du? Ja, hätte jetzt sein können, ey. Oh mein Gott. So. Weiter geht's, Freunde. Zack, zack, zack. Lass mich mal los hier. Dankeschön. Und Emily, wir sind gleich einfach schon bei der 200 Meter Höhe. Das heißt, Emily, wir sind gleich schon über den Wolken. Wow. Das ist ja so cool. Ich wollte schon immer mal über die Wolken in den Himmel. Wow. Wow. Wer ist das denn? Warum hat sie Essen? Hä? Warte mal. Oh, lecker. Ich will auch ein bisschen davon, aber Emily, wir bekommen erst Essen. Warte mal. Warte mal, warte mal. Geh mal zurück, geh mal zurück. Warte mal. Stell dich mal vor, will die mir gerade sagen, die hat ihren Hotdog in ihrem Trinken. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Hä? Das könntest du sein, Emily. Ey, und das glaub ich jetzt noch weniger. Jetzt geh mal weiter, Lamson, ey, bevor ich dir noch sauer werd. Okay, da geht es einfach mal weiter und da vorne ist hoffentlich auch der nächste Checkpoint. Ja, da oben ist wieder was zum Werfen, Lamson. Lass mich mal los hier, bitte. So. Jo, dankeschön. Ey, Freunde, kennt ihr dieses coole Spiel? Habt ihr das schon mal mit euren Freunden gespielt? Dann schreibt es mal in die Kommentare und ich wirfe hier mal wieder den Lamson. Ja, toll, hat ja super geklappt. Hey. So, zweiter Versuch, muss ich näher dran. Keine Ahnung, ich probier's einfach und let's last. Äh, Emily, dein Ernst? Ey, warte, dritter Versuch und dann... Ey, Mann. Oh nein. Ist das dein Ernst? Nein, Emily. Oh mein Gott, das glaub ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist aber nichts passiert, keine Sorge. Jetzt bin aber ich dran. Ja, pass auf, was du machst, Lamson. So, so trifft man. Oh mein Gott. Was geht da unten ab? Wow. Oh, das ist ja richtig cool. Also, weiter geht's. Wer ist das denn? Warte mal, das ist der Dungeon Master. Oha, okay. Der sieht ein bisschen gruselig aus. Aber guck mal, der hat hier so ein Roblox, so ein Dings hier. Dings da, Bumms da. Der sagt, dass wir zwei Loser sind und dass wir in seinem Labyrinth eingesperrt sind. Äh, das denkt auch nur der... Oha, hier gibt's eine rote Seite und eine blaue Seite. Das ist ziemlich cool. Na gut, dann geh ich einfach mal hier durch und, äh, ja. Mach mal deine Sache, okay? Ja, ich schlendere jetzt hier ein bisschen lang, Freunde. La, 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 la. Ich hab ja sonst nichts zu tun. Äh, Leute, ich glaub, ich hab mich jetzt schon verlaufen. Emily, wie sieht es bei dir aus? Ähm, warte mal. Ich wollt grad sagen, bei mir sieht es ziemlich grau aus. Aber, ich glaub, ich hab's geschafft. Oder, ich, ich bin rückwärts gegangen. Ne, Lams, ich, ich bin rückwärts gegangen. Na toll, Emily, du bist wirklich keine große Hilfe. Aber, äh, ich schaff es hier auch nicht heraus. Mann, was ist das denn für ein Labyrinth? Aber, Freunde, es gibt einen Trick. Nämlich, dass man immer rechts lang gehen soll. Also, ganz Zeit hier rechts die Wand lang. Ja, und dann sollte man ans Ende kommen. Mal schauen, ob es funktioniert, Freunde. Ich hab's geschafft, Emily. Wow, hast du meinen Trick angewendet, hä? Ne, ich bin einfach nur irgendwo hingelaufen. Achso, ja, okay. Aber, Freunde, sieht's gut aus? Oh, mein Gott, es sieht sehr schlecht aus. Egal, wir gehen hier rechts weiter an der Wand lang und geben dich auf. Hä, Emily, hier ist auf jeden Fall bei der nächsten Stage eine echt interessante Treppe. Und da oben fällt ein Stein einfach mal runter. Oha. Aua, der Stein hat mich abgekickt, Lams. Hä, warum hältst du den nicht auf? Oh, sorry. Oh, mein Gott. Ich wurde einfach komplett weggesteint. Ja, Emily, ich bin schon oben. Ja, ich bin auch gleich oben. So, zack, zack, zack. Hallo, Lamson, was geht? So, dann wollen wir dich mal rübertragen. Fühlst du dich eigentlich sicher bei mir? Nee. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Voraussetzungen. Aber du weißt doch, ich bin ein Tower-Fail-Profi. Also, ich mach das hier mit links, Lamson. Sag mir das nicht. Ah, ich muss dich da rüber werfen. Okay, okay. Mit Liebe. Let's go. Ciao, Emily. Das war's jetzt. Ich hol dich nicht rüber. Bringst du mir Essen mit? Ja, okay. Warte. So, hier. Hast du dein Essen? So, dann nehm ich mal auf den Arm, Lams. Ja, gerne, gerne, gerne. So, dann wollen wir mal. Und, weg und geht's. Oh, ich glaube, du musst mich da rüber werfen. Oh, Zui. Wow, Freunde, ich hab noch nie sowas Schönes erlebt mit Lams. So, dann gehen wir mal weiter. Warte, 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 warte. Stopp, 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 stopp. 199 Meter, das heißt noch ein Meter. Und dann haben wir die 200 Meter geknackt. Ja, ja, okay. Ich hoffe, ich krieg dich jetzt hier rüber geworfen. Let's go. Emily, damit sind wir bei Checkpoint Nummer 3. Oh, mein Gott. Okay, Lams, ich glaube, wir sind hier im Winter Wonderland oder so. Und siehst du, diese Treppen, die sind auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr so ganz, ganz. Und... Okay, okay. Hä, man sieht hier auch noch mal wenig. Aber ich sehe, wir müssen hier lang gehen. Oh Gott, um die Ecke, Lams. Um die Ecke. Na gut, dann kommen wir mit hier. Oh, mein Gott. Easy, peasy, 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 sui. Ey, Freunde, ich bin so froh, dass Lams und ich so viel Tower of Hell gespielt haben. Deswegen sind wir jetzt richtige Profis, stimmt's? Nee, du nicht. Ja, tolle Wurst. So, dann kommen wir mit, mein kleiner Pupson. So, zack, zack, zack. Einmal hoch und ich glaube, jetzt bist du wieder dran. Ah, ich übernehme gerne hier. So, dann wollen wir mal... Oh, oh, oh. Ey, das tut weh, aber ist auch irgendwie cool. Okay, Emily. Aua. Das tut auch ein bisschen weh, sorry. Ey, da oben ist ein Pinguin. Oh mein Gott, Pinguin. Pinguin, Pinguin. Oh, Pinguin. Da oben. Okay, ich glaube, ich muss hier einmal rüberspringen. Oh Gott, oh Gott. Da muss ich einmal hier. Oh Gott, ey, Freunde, wie knapp war das bitte? Ey, ich bin mein Pinguin, Lams. Siehst du mich? Ey, ich will auch so ein Pinguin, Mann. Okay, okay, ich hol dich ja schon rüber. So, Freunde, komm mal her. Mein kleiner Lams, oder? Yes, guck mal. Das ist, glaube ich, der Pinguin von Kinder Pinguin, Lams. Ey, aber warte mal, was magst du mehr? Kinder Pinguin oder Milchschnitte? Oder warte mal, da gibt es ja noch Maxi King. Also Maxi King bin ich ganz raus. Das ist mir echt ein bisschen zu süß. Aber ich glaube, manchmal mag man Kinder Pinguin mehr. Und manchmal passt halt einfach... Was war das andere noch mal? Milchschnitte. Milchschnitte mehr. So, aber wir reden jetzt hier nicht weiter über Essen. Nimm mich mal hoch und lass mal rüber gehen. Ja, okay. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat keiner gesehen, Emily. Wir machen einfach mal weiter hier. So. Okay. Und? Oh mein Gott. Ich glaube, das ist der coolste Part, ey. Ja, das macht immer am meisten Spaß. Okay, wirf mich mal weg, Lams. Oh, danke schön. So, dann komm mal her. Was geht jetzt hier ab, Freunde? So hoch, hoch, hoch. Ey, und guck mal, wo wir schon sind, Lamsson. Ja, ey, schon bei 245 Meter. Ja, das ist richtig krass. Oh Gott. Und? Sprich, 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 sprich. Nein! Oh mein Gott. Wo sind wir jetzt? Hilfe. Ach, Mann. So, Freunde. Da sind wir wieder. Lamy, übernimm mal. Und dann übernehmen wir hier die Obby. Ja, hoffentlich, Mann. Ja, hoffentlich. Ey, ich will nicht nochmal runterfallen. Oh Gott, oh Gott. Pass auf, Lamy. Ey, wie soll ich... Oh, okay, okay. Und das war schon heftig. Es wird aber immer heftiger, Emily. Deswegen aufpassen, bitte, ja. Ja, 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 jetzt ist es easy peasy, oder? So, einmal hier, einmal hier. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, sehr gut. So, und jetzt so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay. Das sind die Dinger, die einbrechen, ja? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und? Er ist am Ende abstricken. Ja? Ja. Okay. Oh mein Gott, let's go. Warte mal, ich soll dich da reinwerfen? Ja. Oh Gottes Willen. Wie soll ich denn das schaffen? Ja, ja, das passt, das passt. Oh, tschüss, Dylan. Sorry. Oh mein Gott, Emily. Wir sind das beste Team. Hey, wir sind richtige Profis. Ohne Fehler. Okay, Emily, ich würde sagen, es liegt jetzt an mir. Ich muss... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm. Ähm, ja? Was hast du eigentlich gestern so gegessen? Sag mal. Oh, was habe ich gestern gegessen? Ähm. 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 Nein, warte mal. Hä? Nein, ich habe das Falsche gekauft. Ey, ich wollte mich zu dir teleportieren. Das, das, das ist jetzt nicht passiert, oder? Das ist jetzt nicht passiert, oder? Oh Mann. Das tut mir so leid. Doch, Manu. So, auf ein neues, Freunde. Zack, zack und laps. Du darfst jetzt nicht verpuppen, okay? Ja, okay. Ich versuche es auf jeden Fall. Und viel Glück auf jeden Fall. Okay, Leute. Es geht los. Komm schon, bitte, 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 bitte. Ja, Emily. Let's go. Wow. Hey, Leute. Ich bin so stolz auf Lars. So, Lars. Dann komm mal mit. Und wir gehen weiter. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein. Nein, 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 nein. Was machen wir jetzt? Oh, wirf mich einfach mal. Okay, tschüssi. Nein, Emily. Aber ich bin gelandet. Äh, Lars. Das hat keiner gesehen, ja? Ja, aber meinst du, ich schaffe es jetzt? Du schaffst es nicht. Nee. Dein Ernst? Nein. Oh, komm schon. Ja, wenigstens sind wir jetzt hier gelandet, Lars. Ja, ja. Ja, und jetzt? Nee, Emily, geh doch nicht weiter runter. Lars, unter uns ist nichts, oder? Äh, nee. Und, äh, ja, okay. Ah! Ach, Mann. Oh, tschüssi. Äh, Freunde, ich glaube, das ist einfach ein bisschen zu schwer für uns. Aber Leute, falls ihr die Fortsetzung von diesem Spiel sehen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Lasst einen dicken Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und dann spielen wir dieses Spiel nochmal für euch. So, zum Schluss mache ich natürlich nochmal, was alle sehen wollen. Deswegen glauben sie, es war still mit dir. Und tschüssi. Ah, wie angenehm. Aber, Freunde, falls euch dieses coole Roblox-Video gefallen hat, dann lass doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Hm, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und tschaui. Tschaui.